hi ich bin es wieder auch melissa ming und willkommen zurück zu einem neuen video von mir heute teste ich wieder einen neuen beauty trend für euch und der ist echt überall auf tik tok sehe ich ihn es handelt sich nämlich um den gua sha stein falls ihr noch nie von dem gehört hat es ist sozusagen ein stein der kommt aus der chinesischen medizin und er soll angeblich doppelkinn weg machen und falten minimieren beziehungsweise auch weg retuschieren sozusagen also ich kann mir vorstellen dass es vielleicht vorbeugend sein könnte aber wirklich wenn man schon vorhandene falten weg macht das scheint mir echt unglaublich also wenn es wirklich klappen würde mit so einem stein so und natürlich habe ich mir auch direkt einen stein bestellt werde ich jetzt gleich auch an boxen mit euch und ich bin einfach so neugierig auf diese methode hier weil sie einfach auf natürliche art und weise die fallen beziehungsweise auch doppelkinn oder so speck falten und so weg also ich finde es echt krass also ich zeige euch das mal bevor mein experiment also ich muss sagen ich bin eigentlich total zufrieden mit meinem zeit profil aber manchmal wenn ich nicht anspanne habe ich halt ein ganz leichtes ob doppelkinn aber ich weiß jetzt nicht ob man das hier seht so so ich lasse das mal so hängen oder manchmal wenn ich so lege merke ich halt auch dass ich halt so ein doppelkinn ich denke aber das ist normal aber früher war es tatsächlich nicht so also vor zwei jahren hatte ich das tatsächlich nicht und es könnte halt auch sein dass es wegen wasseransammlung ist habe ich gelesen und ja das soll angeblich dadurch weggehen so ich werde das ganze mal jetzt an boxen mit euch das ist so krass schön ist auch richtig schön verpasst und dreimal dürft ihr raten welche farbe ich mir ausgesucht habe kommt in so einer verpackung damit nichts kaputt geht ich fand das so übertrieben das kam in so einen fetten karton für so ein kleines ding ne ich stelle euch vor ich mache das hier schon kaputt oh mein gott so pretty vom es ist so kalt oh mein gott das ist so kühl es ist jetzt nicht so ganz rosa aber mein gott die farbe ist ja egal auf jeden fall habe ich mich dafür entschieden also es gibt verschiedene formen aber ich fand die vorher sehr praktisch so ich würde euch empfehlen so eine form zu holen mit so einer langen kante damit ihr auch unter euren augen lang gehen könnt so sieht das aus das ist rosa also es soll so ein rosenquartz sein es gibt auch grünen keine ahnung was das für steine sind auf jeden fall gibt es verschiedene wenn ihr nicht wisst wie man den stein anwendet auf youtube gibt es hunderte videos auf deutsch oder englisch wie ihr euch anschauen könnt ich habe mir die schon angeschaut und auch die methoden dafür und was ihr beachten müsst ist erstens einmal dass euer gesicht wirklich entweder tut ihr ein serum drauf ein öl oder eine feuchtigkeitscreme weil sonst könnte eine risse entstehen zweitens wenn ihr jetzt zum beispiel an eure wange rangeht dann haltet hier fest damit ihr das nicht halt so zieht und das kann halt auch zu verletzungen führen also egal wo ihr anfängt das zu schaben sozusagen haltet immer an am anfang fest damit es halt nicht zu verletzungen kommt genau und diese v-shape hier ist halt für den kinn extra was ich richtig cool finde und das soll auch tatsächlich verspannungen weg machen also wenn ihr irgendwie am nacken oder so habt das soll wirklich gut sein und wichtig ist auch dass ihr euch vorher gründlich abschminkt okay leute ich werde das ganze bei euch zwei wochen lang testen ich bin echt gespannt ob mein doppelkinn oder meine kleinen falten also ich habe hier zum beispiel an der stirn falten und ein bisschen am auge aber obwohl an der stirn stört mich das echt viel mehr also warte mal ich gucke mal näher weil das licht so hell ist aber ich glaube ihr seht das trotzdem also wenn ich jetzt so nach oben gucke so das sieht man schon ein bisschen und mal gucken ob sie auf magische weise mit diesem stein hier verschwinden so ich habe mich jetzt einmal gründlich abgeschminkt bevor ich mit meiner wascher massage anfangen ist es super wichtig dass ihr euch vorher abschminkt weil ihr ja natürlich keine make-up rückstände haben wollt auf eurem gesicht und zum abschminken benutze ich von depo da der kalmbalm und ich weiß ich habe mich jetzt schon abgeschminkt aber ich muss euch dieses produkt zeigen weil ich einfach so in lauf denn erstens ist richtig so krass und zweitens ich zeige euch mal die konsistenz so ihr macht ein bisschen mit diesen kleinen löffelchen auf eure hand und dann verreibt ihr das und in sekunden wird das einfach so super weich ne also ich liebe es kann ich euch wirklich ans herz legen und eure haut ist danach auch mega gut durchfeuchtet da ist einmal kokosöl und olivenöl drin und es reinigt euer gesicht ist so gut und außerdem habe ich das gefühl dass mein gesicht sich danach viel geschmeidiger anfühlt so jetzt kommen wir auch schon zu der vorbereitung für die gua sha massage abschminken natürlich ist very very important leute danach würde ich euch empfehlen ein serum zu benutzen und parallel dazu benutze ich auch ein serum von depo da das ist übrigens eine koreanische skincare noch hier so ein paar tropfen drauf auf meine stirn und natürlich auch auf den hals weil ihr wollt ja auch euren hals später massieren und das serum riecht einfach super neutral was ich auch super wichtig finde das verreibe ich dann einfach auch unter meinen augen und auf die stirn ich habe ja sowieso mega empfindliche haut und ich habe irgendwie das gefühl dass diese skin care produkte für mich geschaffen sind weil das beruhigt einfach meine haut so krass allgemein muss ich ja sagen dass ich koreanische skin care liebe und die mir länger folgen ihr wisst es natürlich aus mein ganzer channel dreht sich darum wie gefühlt theoretisch würde das serum jetzt schon ausreichen ihr könnt nach dem serum eigentlich schon mit eurer gua sha massage anfangen aber ich möchte ja dass diese gua sha über mein gesicht ist schön geleitet deswegen benutze ich noch eine feuchtigkeitscreme und die ist auch von jepoda the make my day cream die ist auch anti aging ich mache mir da ein paar pumpstöße auf meine handflächen und verteilt die dann auf meinen gesicht und natürlich auch auf mein hals viele vergessen immer deren hals leute vergessen nicht euren hals weil it's very important außerdem handelt es sich bei jepoda um naturkosmetik ihr braucht also keine sorgen haben dass sie irgendwelche schädlichen stoffe wie zum beispiel silikone mit reinnehmen und das erste was mir aufgefallen ist bei jepoda ist einfach die verpackung also die verzichten auf plastik und die haben so glas verpackungen was ich mega gut finde und sie verzichten auf tierversuche also leute wenn ihr an koreanischer skin care interessiert seid dann könnt ihr gerne deren produkte auf jepoda abchecken link in der beschreibung ihr findet da auch einen rabattcode von mir da bekommt ihr auch noch mal ein paar prozent daraus ein bisschen sparen ist ja immer gut also falls ihr auch so eine reine und perfekte haut nein spaß jetzt flexig nein aber jetzt mal ernst also ich kann euch die produkte wirklich sehr empfehlen und euch sie auch ans herz legen okay jetzt kommen wir zu unserer gua sha so ich habe euch ja gesagt dass es so viele videos auf youtube gibt und ich habe mir ein paar davon angeschaut und das erste was man macht ist eigentlich so auf der stirn so paar kreuze machen damit man es aktiviert ich habe keine ahnung was aktivieren aber auf jeden fall man aktiviert da irgendwas i don't know dann fange ich auch mit der stirn direkt an also einfach so schräg 45 grad winkel soll das sein immer von innen also von der gesichtsmitte nach außen und auch nicht zu viel druck ausüben das ist sehr wichtig falls euer gesicht danach rot wird dann wisst ihr ihr habt definitiv zu viel druck ausgeübt ich mache das ganze zehn mal also ich habe jetzt nicht mitgezählt aber ich glaube ich müsste gleich bei zehn sein auf jeden fall man sollte es mindestens fünf mal machen ich mache das einmal hier nach oben dann gehe ich einmal hier über meine augenbrauen und ich habe euch ja vorhin gesagt dass es wichtig ist es wirklich festzuhalten den part wo ihr zieht weil sonst zieht ihr alles mit und das könnte halt auch zu reizungen führen so danach benutze ich diese seite hier also ich arbeite mich immer von oben nach unten sozusagen ich benutze dieses dieses herzens shape hier und mach so an meinen augenbrauen also von meinen augenbrauen anfangen bis mein augenbrauen ende und ihr merkt da auch den knochen also diesen augenbrauen knochen und einfach dazwischen macht ihr dann eure wascher rein und das wichtige ist hier auch sehr 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 vorsichtig damit arbeiten nicht zu viel druck ausüben weil sonst könntet ihr euch vielleicht verletzen oder zu rötungen könnte es kommen deswegen nicht so schön so dann gehe ich einmal unter meine augen behalte ich hier auch fest und hier besonders vorsichtig sein lasst es einfach gleiten weil durch diese gute vor wenn ihr so gute feuchtigkeitscreme habt dann ist eure haut im bestenfalls auch sehr gut durchfeuchtet das heißt die quasha gleitet sehr schön über eure haut wenn ihr das gefühl habt dass es noch nicht genug war mit der feuchtigkeit dann benutzt ein bisschen mehr feuchtigkeitspflege weil sonst könnte es auch zu wissen kommen übrigens wenn ihr die quasha waschen wollt einfach unter lauwarmes wasser halten und es entweder luft trocknen lassen oder halt mit einem sauberen handtuch sehr einfach aber was ich wirklich sagen muss die quasha ist sehr sehr glitschig das heißt wenn ihr gerade eine feuchtigkeitscreme euch eingecremt habt dann müsst ihr wirklich aufpassen weil ich habe schon viele gesehen die das freien gelassen haben so dann gehe ich noch einmal unter den wangenknochen also ich muss sagen wenn ich hier den part mache also hier wobei meine wangen sind dann übe ich schon ein bisschen mehr druck aus weil ich habe das gefühl da kann ich auch ein bisschen mehr druck ausüben zum beispiel jetzt die augen partie also hier unter den augen da würde ich jetzt sehr wenig druck ausüben so und wofür dieses herz hier noch gut ist ist nicht nur die augenbrauen partie sondern ich benutze sie auch für mein v-shape sozusagen ich halte dann hier fest und dann leide ich so bis zu meinem ohr nicht vergessen 45 grad winkel so und dann kommen wir auch schon zum hals und kinn bereich so ich mache alles so nach oben ich halte unten fest und dann swipe ich leide ich nach oben zu meinem kinn bereich und ich teile das immer in drei parts also einmal hier und einmal an der seite vom hals also nicht nur hier wo der kehlkopf ist sondern auch an der seite so und beim kinn nehme ich diese seite hier und schiebe es nach vorne so und was manche noch machen oder was ihr auch machen könnt ist einmal hinten an euren nacken ich habe euch ja gesagt das auch gut zum verspannungen lösen also ich muss jetzt sagen ich habe jetzt gerade keine verspannung aber falls welche von euch verspannung haben sollten die können es auch im nackenbereich anwenden also mein erster eindruck von der gewaşa ist eigentlich sehr positiv ich mag auch die form mega ich bin echt froh dass ich mich für diese herzform hier entschieden habe und sie kühlt auch das gesicht mega das heißt für sommer ist es locker perfekt leute ich werde das ganze für euch jetzt zwei wochen lang austesten ich bin übelst gespannt drauf und ja ich würde sagen wir sehen uns in zwei wochen ich wollte euch mal ein kurzes update geben nach einer woche von der gewaşa das licht ist gerade ein bisschen dunkel weil es draußen auch schon anfängt dunkel zu werden logischerweise auf jeden fall ja nach einer woche ist das ergebnis so also meine falten sind still there und ja mein doppelkinn mein halb doppelkinn ist auch immer noch da also ich habe vorhin was aufgenommen im auto und da habe ich halt gesehen dass erstens ich immer noch die falten an der stehen habe was mich echt stört und zweitens der doppelkinn also mehr oder weniger ich muss sagen die gewaşa nimmt echt sehr viel zeit in anspruch ich mache ja jede übung zehnmal man sollte ja mindestens fünfmal machen aber ich habe mir gedacht okay macht die zehnmal weil je mehr desto effektiver denke ich mir aber es hat nervig so versteht ihr ich mache die auch manchmal bevor ich mich schminke weil ich abends meistens keinen bock hat das zu machen deswegen mache ich lieber davor ja bis jetzt sehe ich noch keinen unterschied aber ich denke mir so okay eine woche ich glaube jetzt nicht dass nach einer woche man schon was sieht hätte ich auch nicht erwartet ich probiere noch mal eine woche also insgesamt zwei wochen und mal schauen was sich noch so ändert an meinem gesicht so leute die 14 tage sind um mit meinem guascha experiment und jetzt kommen die ergebnisse beziehungsweise auch mein fazit also jetzt erst mal zu der schlechten nachricht ich fange immer mit der schlechten nachricht an freue ich die gute nachricht der euch überbringe an meinen falten hat sich tatsächlich nichts geändert also ich habe immer noch diese stirnfalten hier oben ich es würde mich auch übertrieben zu wundern wenn die stirnfalten plötzlich weg wären weil ich glaube dann würden alle botox industrie nun alles pleite gehen aber jetzt kommt eine gute nachricht denke ich und zwar sehe ich einen minimalen unterschied an meinem doppelkinn ich weiß nicht ob ich mir das ganze einbilde oder nicht aber meiner meinung nach finde ich es hat sich wirklich hier also hier in dem bereich etwas getan in dem heizblick heizkinn bereich ich hatte euch ja nach sieben tagen ein kurzes fazit gegeben und da hat sich tatsächlich noch nicht so viel geändert also ich habe dann noch wirklich noch nicht so viel unterschied gesehen aber nach zwei wochen sich tatsächlich was also ich zeige euch das mal also hier ich sehe schon dass es ist noch nicht komplett weg aber ein wenig weg gegangen finde ich jetzt persönlich ihr könnt mir ja gerne eure meinung unter die kommentare schreiben so hier könnt ihr das vorher nach ergebnis noch viel besser sehen ich habe einmal zwei screenshots gemacht also vor dem experiment und zwei wochen nach der guache anwendung ich finde hier sieht man es definitiv und die bilder sind direkt gescreenshotet das heißt sie wurden nicht bearbeitet ich meine ich habe das jetzt nur in anführungsstrichen zwei wochen lang gemacht ich denke wenn man das für eine längere zeit mal so für ein paar monate oder so dann wird man auf jeden fall erfolge erzielen was mir aber vorher schon klar war dass die falten nicht weggehen wenn sie schon da sind ich denke aber diese guache beugt falten vor das kann ich mir wirklich vorstellen wir wissen ja alle dass face massagen sowieso gut sind für die haut und auch für die durchblutung und so eine guascha soll ja angeblich mehr bringen als wenn ihr nur eure hände nimmt von außerdem habe ich euch am anfang des videos gesagt dass dieser doppelkinn eigentlich nur entsteht weil da wasseranlagerung sind das heißt man muss es echt oft massieren diese stelle hier gesagt ich war mir gar nicht sicher wie ich massieren sollte der eine sagt nach oben der eine sagt nach und deswegen habe ich einfach nach oben und nach unten also fünf bis zehn mal nach oben und dann fünf bis zehn mal nach unten genau jetzt komme ich auch noch mal dazu wie oft ich das gemacht also ich muss sagen es ist echt nervig manchmal wenn ihr so ein bett legt und euch denkt okay alter jetzt muss ich noch meine face massage da machen und das dauert ja schon ich würde sagen so um die zehn minuten und wenn ihr es intensiv also länger macht dann schon 15 minuten weil ihr wollt ja diese massage auch genießen und euch nicht denken oh mein gott ich habe jetzt gar kein bauch ich mache das nur weil ich das muss also ich denke wirklich nicht dass man das jeden tag durchziehen muss ich denke drei bis vier mal die woche reicht da vollkommen aus ich meine wenn ihr zum beispiel euer gesicht abschminkt mit ein reinigungsschaum oder gel dann massiert ihr ja auch so euer gesicht und die gua sha ist das sozusagen das krönchen ich werde aber auf jeden fall die massage mit dem gua sha weiter ausprobieren vor allem hier an mein doppelkinn bereich weil in meinen augen hat es wirklich was gebracht übrigens habe ich für euch eine gua sha rausgesucht die vertrauenswürdig meiner meinung nach schein und vom preis völlig okay ist ich verlinke euch alles unten in der beschreibung falls ihr es austesten wollt und euren doppelkinn weg haben wollt und ja leute das war es auch schon mit meinem 14-tägigen test mit der gua sha wenn euch dieses video gefallen hat lasst mir gerne einen daumen hoch da und subscribe nicht vergessen macht die glocke an um nichts zu verpassen folgt mir gerne auf instagram um ebenfalls nichts zu verpassen dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal bye